Never mind, I'll find someone like you. Nein. Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Boom! Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Wir werden heute eine Neueröffnung testen. Und zwar Foodbrothers haben eine Filiale vor fünf Tagen in Wien eröffnet. Ich habe von Foodbrothers schon viel gehört. Andere YouTuber haben den schon sehr, sehr hoch gelobt. Ich habe ihn noch nie probiert, aber schon viel darüber gehört, wie ich gerade gesagt habe. Randy, YouTube kannst du. Viel Spaß in diesem Video. Da ist auch ein Burger lang. Burger Spot. Ich würde fast sagen, es gibt so viele Burger wie Döner. Nur was ich halt blöd finde ist, es ist mittlerweile sehr schwer zu finden, dass du einen richtig krassen Burger hast. Weil jeder macht einfach mal Burger. Weißt du, was ich meine? Da haben wir eine McDonalds, wie die Afrikaner sagen. McDonalds. Ah, dein Dach, Bruder. Das ist ein cool Ausgang für 15 Jahre. Wir wollten hier auf professionelle Kamera machen, weißt du? Da sind wir ausgestiegen, Dach ist noch offen. Auch ein sehr schönes Restaurant. Was ich auf jeden Fall gehört habe, Freunde, ist Foodbrothers, den ihr Fleisch ist etwas stärker gepfeffert. Und das haben wir schon mal erlebt in Brasilien, Rio. Diesen Geschmack feiere ich persönlich sehr. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie gut Foodbrothers Burger sind. Sind die weich? Wie ist das Brot? Wir kennen die Story. Und dafür bin ich da, Leute. Hast du schon mal Foodbrothers gegessen? In Berlin, Bro, ja. Und wie war's? Das ist Geschmackssache. Dieser Pfeffer, das muss man mögen. Diese Stadt wunderschön. Alter, was das für eine schöne Uhr, Mann. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Uhr es ist, aber sieht schön aus. Let's go. Ich muss auch sagen, so um dieses 16.30, 17 Uhr, die Sonne ist schon leicht verschwunden in der Winterzeit zumindest. Nur zweimal. Das war der Moment, Leute. Aber auf jeden Fall, Wien ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Vorsicht, Auto. Alter, ich hab dein Leben gerade gerettet. Und er fast genommen. Chill, Bruder. Und er fast gibt uns weg. Kein Problem, du bist schon drin. Zu spät. Alles fit, Jungs? Ja, bei dir? Alles super. Randy freut mich. Randy, komodi. Arbeitet ihr hier, oder was? Das ist unser Land, ja. Ist das Food Brothers Berlin? Genau dasselbe. Und ihr seid aus Wien? Nein, wir sind aus Süßendorf. Und habt ihr euch einfach gedacht, ich mach in Wien einen Laden auf? Genau. Okay, die haben oben noch kein Schild, das heißt, der Laden ist ein bisschen schwer zu finden. Aber was war die Straße hier? Vor am Markt, 8 bis 9. Neben Schneider-Atelier. Und neben meinem sehr guten Kaffee, das zeig ich euch, wenn wir rausgehen. Aber zurück zum Burger von außen. Sieht cool aus. Rot-weißer Look. Bisschen, ich weiß nicht, ob jede Filiale so aussieht, ich bin euch ehrlich. Aber natürlich so ein bisschen Five Guys, Shake Shack Mix, finde ich. Das Logo ist so ein bisschen Shake Shack und das Design innen ist so ein bisschen Five Guys. Ziemlich cool. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir gleich rein und bestellen. Also was ich auf jeden Fall sagen muss, Leute, dieser Laden ist clean, okay? Wirklich, clean. Ich weiß jetzt noch nicht, wie gut die sind, aber das werden wir gleich rausfinden. Aber überhaupt Burger mit Pfeffer. Und wo du die Pfeffernote wirklich stark im Patty spürst, ist was sehr, sehr Gutes. Was auch noch cool ist für alle Leute, die darauf achten und denen das wichtig ist, weil jetzt immer mal wieder lese ich das unter den anderen Burger-Videos. Dieser Burger hier ist sogar Halal. Also für alle meine muslimischen Brüder da draußen. Lasst es euch schmecken. Die Soßen sind krank. Die Pommes sind auch gut. Das ist großartig. Ja, der Burger ist krank. Der strammer Burger ist eigentlich herrlich. Ich sage mal so, ich habe ein Lächeln im Gesicht. Wie sieht es bei dir aus? Ich auch so, oder? Ich freue mich. Ja, aber nach so einem Tag wie heute kommt so ein Burger genau richtig. Diese Burger sehen sehr, sehr gut aus. Nacho Burger, dreimal Fleisch sehe ich da, dreimal Käse, Salat. Ich glaube so eine Sweet Chili-Sauce süß-sauer. Top. Man denkt, die sitzen im Dschungel. Pommes ist Hammer. Ich bin aber ehrlich. Süßkartoffel-Pommes. Sind da kleine Zwiebeln drin? Ja, aber... Sind da kleine Zwiebeln drin? Das sind so Zwiebeln-Sauce. Ist geil. Was haben wir überhaupt für Burger? Ich glaube, das ist der Classic. Mit welchem Burger willst du anfangen, Bruder? Ganz ehrlich? Welchem? Rein von der Beschreibung Supreme. Let's go, Bruder. Der ist schon sehr fleischig mit zwei Päten drin. Würdest du sagen zu fleischig oder ist noch gut? Überhaupt nicht. Der ist sehr gut. Also Freunde, wir haben hier ein Patty, ein Zwiebelring und eine Tomate. Ein Salatschliff und Mayonnaise. Und Ketchup unten. Okay, Senf. Beim Classic Cheeseburger will ich halt so sagen, da müsste eigentlich Ketchup und Senf drin sein. Aber das ist halt einfach der Classic bei Food Brothers. Das Fleisch. Das Fleisch schmeckt gut. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, da das Brot ein bisschen fest aussah. Aber das Brot ist sehr, sehr weich. Trotzdem würde ich euch empfehlen, wenn ihr ein Classic nehmt, Double Patty muss sein. Ich bin ein Fan von roher Zwiebeln. Bei mir kein karamellisiert, kein wie auch immer. Ich bin Team Röstzwiebeln. Ich fühle das auch. Aber wenn man mich fragen würde, wie willst du deinem Burger, würde ich immer eine rohe Zwiebeln? Auch eine rohe Zwiebeln. Das ist mir egal. Jetzt um das einfach mal zu sagen, ihr wisst, mein bester Freund in Wien ist Five Guys. Aber bevor ich zu einem Five Guys gehen würde, würde ich hundertmal hierher kommen. Ganz einfach, aber nur in Wien. Wenn ich in einem Burgerladen sitze und es läuft Luciano Leute, haben wir alles richtig gemacht. Dann habt ihr Renni. Merkt euch das. Diese FP Spezial, New Brother Spezialsoße, die im Burger vorhanden ist. Lass mal probieren, ist ja krass. Ende. Boah, Double Patty ist ja richtig krank. Flashy, nicht zu roti. Also wie ich gerade schon gesagt habe, Double Patty ist es. Ganz einfach. Ich muss auch sagen, ich finde jetzt den mit Single Patty auch gut. Es ist nicht so, dass ich den schlecht finde. Der Burger ist auch so, genau wie er sein muss, so matschig im Mund. Genau das Matschige, was wir alle wollen. Ja. Das Handliche, nicht zu groß, nicht zu klein. Ja, ja, ja. In der Hand, so. Supreme und Classic, beide sehr, sehr krass. Classic würde ich mit Doppel Patty empfehlen. Supreme ist so, wie er ist. Einfach ein Hammer. Jetzt steht hier noch so ein fettes Ding. Ich glaube mit Triple Patty, oder? Sind da dreimal Fleisch drin oder zweimal? Jalapenos, Nachos, dreimal, zweimal Käse, Salat und so eine süß-sauersauce. Es ist eine coole Idee und so, aber der wird niemals besser sein als Supreme oder Classic. Das ist nicht meins. Er ist gut, aber ich würde einen Chili Cheeseburger immer eher nehmen, bevor ich das nehme. Ich finde ihn auch nicht zu schocken. Ich glaube nicht, wir können auch Leute essen, die kein Schaf essen. Es ist ein leckerer Burger so, aber erstmal die Nacho Chips. Natürlich, wir konnten ihn jetzt nicht direkt essen. Wir haben erstmal die anderen gegessen. Die sind nicht mehr so crunchy da drin. Man kann ihn auf jeden Fall bestellen und essen. Schön fleischig, Käse. Der schmeckt einfach nach Kinobesuch. Dann die hier. Die sind absolut krank. Die normalen Pommes. Auch immer noch knusprig. Süßkartoffelpommes. Für das, dass Süßkartoffelpommes sind und ich keine Süßkartoffelpommes oder überhaupt Süßkartoffelpommes, die Süßkartoffeln nicht so gerne mag, sind die auch gut. Kaffee Acasa. Dieser Kaffee ist, by the way, sehr, sehr gut. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist die Jungs sind 19 und 20 aus Düsseldorf. Einfach hierher nach Wien gekommen, haben diesen Laden geöffnet. Als ich 19 war, habe ich noch mit Autos gespielt oder so. Also wirklich Respekt an die beiden. Der Burger ist einfach meine Meinung. Der Classic und der Supreme sind wirklich der Hammer gewesen. Ich bin auch beim Supreme. Geht hier vorbei. Für alle Leute, die aus Wien sind, kommt vorbei. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Danke euch. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Das Video war sehr lustig. Top Tag. Und genießt den Tag.